Hallo, ich habe ja einen Videokurs produziert zum Thema Laplace-Transformation und einen Videokurs zur Gamma-Funktion. Und in diesem Video, da stoßen beide Kurse zusammen, das heißt wir werden die Gamma-Funktion benutzen, um eine Laplace-Transformation durchzuführen. Ja, zum Einstieg machen wir folgendes, wir benutzen ein Computer-Algebra-System und berechnen ein paar Laplace-Transformationen mit dem Computer. Zunächst einmal die Laplace-Transformation von T hoch 5. Ja, wenn ich da drauf drücke, dann kommt das hier als Ergebnis. 120 durch S hoch 6. Ja, so jetzt machen wir das gleiche mit dieser Funktion hier, aber das ist eine Wurzel. T hoch 1 Fünftel heißt ja die fünfte Wurzel. Ja, gucken wir mal, was da rauskommt. Oh, da kommt ein Ausdruck raus mit einer Gamma-Funktion. Gamma von 1 Fünftel durch 5 mal S hoch 6 Fünftel. Ja, also da haben wir plötzlich die Gamma-Funktion drin. Gut, machen wir das gleiche mit einer Potenz, mit einer Potenzfunktion mit gebrochenen Exponenten. Und da passiert genau das gleiche, auch da habe ich wieder eine Gamma-Funktion drin. Ja, also hat die Laplace-Transformation einer Potenz mit gebrochenen Exponenten irgendwas mit der Gamma-Funktion zu tun. Ja, da müssen wir mal weiterforschen und da gehen wir jetzt mal zu Wikipedia. Ja, wir sind jetzt auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite und da sehen wir also hier die n-te Potenz, wobei der Exponent eine ganze Zahl sein soll. Ja, also T hoch n und das ist die Laplace-Transformation davon. Ja, gut, da habe ich noch nichts mit Gamma-Funktion, aber wenn ich jetzt die q-te Potenz nehme, wobei q jetzt auch eine komplexe Zahl sein kann, also auch eine reelle Zahl oder eine Bruchzahl. Ja, das sind ja Teilmengen davon. Ja, dann habe ich als Ergebnis diesen Ausdruck, da habe ich also die Gamma-Funktion drin. Ja, und das gleiche natürlich bei der Wurzel. Wurzel sind ja nur ein Sonderfall einer Potenz mit gebrochenen Exponenten. Da habe ich selbstverständlich dann auch eine Gamma-Funktion drin. Ja, es gibt da eine Ausnahme bei der Quadratwurzel, aber das ist Zufall. Ja, alle anderen Wurzeln, da habe ich so eine Gamma-Funktion drin. Ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, warum taucht denn hier bei der Potenzfunktion mit gebrochenem Exponenten, Warum taucht denn da als Lösung, also als Laplace-Transformierte, die Gamma-Funktion auf? Warum ist das so? Gut, also wenn ich die Laplace-Transformation von einer Funktion suche, zum Beispiel von dieser Potenzfunktion mit gebrochenem Exponenten. Ja, wie mache ich das? Da setze ich die Funktion in das Laplace-Integral ein. Ja, und dann erhalte ich die Laplace-Transformierte. So, aber wenn ich diese Funktion eingesetzt habe, in diesem Fall hier bei dieser Potenzfunktion mit gebrochenem Exponenten, dann erhalte ich ein Integral, das ich gar nicht so einfach lösen kann. Ja, das ist kompliziert. So, und da gibt es aber einen Trick, und zwar kann ich dieses Integral, was da entsteht, so umformen, dass das Integral der Gamma-Funktion entsteht. Ja, und wenn ich dieses Gamma-Integral löse, ich nenne das mal Gamma-Integral, ja, dann erhalte ich eben die Gamma-Funktion, beziehungsweise einen Term, wo die Gamma-Funktion drin vorkommt. Gut, aber das zeige ich euch dann noch. Das heißt, wir werden diesen Eintrag hier selber berechnen. Ja, ihr müsst euch einfach nur merken, warum hier die Gamma-Funktion steht, weil wir eben den Trick machen, dass wir das Laplace-Integral in das Gamma-Integral umwandeln. Und wenn man das Gamma-Integral löst, erhält man natürlich die Gamma-Funktion. Ja, das ist der Grund, warum in dieser Tabelle hier die Gamma-Funktion auftaucht. Gut, jetzt müssen wir noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar über eine Verwechslungsgefahr. Also, was wir machen, ist folgendes. Wir suchen die Laplace-Transformation von einer Potenzfunktion und benutzen dazu als Werkzeug die Gamma-Funktion. Ja, die Gamma-Funktion ist hier nur ein Werkzeug, um an eine Laplace-Transformation zu kommen. Ja, die spielt also nur eine Nebenrolle. Was wir nicht machen, das ist nämlich ein ganz anderes Thema, Was wir nicht machen, ist, wir transformieren nicht die Gamma-Funktion. Könnte man ja auch versuchen, die Gamma-Funktion Laplace zu transformieren. Ja, aber darüber werde ich kein Video machen, weil das funktioniert überhaupt nicht. Ja, warum funktioniert das nicht? Warum kann man die Gamma-Funktion nicht Laplace transformieren? Also, ich hatte ja mal irgendwann gesagt, als wir das Laplace-Integral eingeführt haben, das ist dieses hier, da hatte ich gesagt, diese Funktion hier, die E-Funktion, muss schneller fallen, als die Funktion f und t wächst. Ja, und diese Bedingung ist eigentlich immer erfüllt, weil eben die E-Funktion super schnell wächst, beziehungsweise hier super schnell abfällt. Ja, ist also normalerweise kein Problem. So, wenn ich das jetzt aber versuche, mit der Gamma-Funktion, also als f von t die Gamma-Funktion einsetze, ja, dann funktioniert das nicht, das Integral konvergiert nicht, weil eben die Gamma-Funktion schneller wächst, als die E-Funktion fällt. Ja, und dann konvergiert das Integral nicht. Das heißt, ich kann die Laplace-Transformation überhaupt nicht auf die Gamma-Funktion anwenden. Ja, aber wie gesagt, das ist auch ein ganz anderes Thema. Ja, unser Thema ist ja die Laplace-Transformation der Potenz-Funktion. Ich habe es hier mal hingeschrieben. Ja, und da benutzen wir die Gamma-Funktion nur als Werkzeug, also um einen Trick zu machen. Die spielt eigentlich gar keine Rolle, die Gamma-Funktion. Ist nur ein Werkzeug. Gut, das war jetzt erstmal die Vorrede. Und im nächsten Video, da gehen wir dann direkt zum Beweis. Da werden wir dann also die Laplace-Transformation von dieser Potenz-Funktion hier bestimmen. Ja, das war es erstmal. Auf Wiedersehen.